Ja, ich bin süchtig, aber genau deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich habe mir einen neuen Charakter gemacht. Bisschen gespielt, auf Stufe 26. Ich muss kurz die Items Reaper schieben, die ich ihm der Zauberin weggenommen habe. Ich glaube das nicht, aber das nehmen wir trotzdem. Wir werden alle Unix Reaper tauschen. Ich habe einen zweiten Stab von Lebensfunke, dann habe ich hier schon Arteffs Lebensfunke. Äh, den Nagelrimp müssen wir noch nehmen. Und sonst nichts mehr. Ähm, Du hast noch etwas. Der Mana-Teilung und den Speer möchte ich gerne auch mitnehmen. Oh, es lebt. So. Und hier. Schön. Also, ähm, wir sehen uns gleich wieder mit der Zauberin. Und bis gleich. So, das sind wir auch schon. Und wir schauen mal, was wir rausgenommen haben. Wahrscheinlich den Nagelring. Und die Krone. Jetzt haben wir hier noch etwas, das jetzt nicht um den Beste ist. Die Rüstung. Aber das reicht. Ja. Dann nehmen wir noch diese Sachen. Hier rein. Ah, den brauchen wir auch nicht. Oder? Okay. Okay. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen öfters die Zauberin spielen. Weil ich mag irgendwie den Kreuzritter nicht so. Und ich möchte die Story wahrscheinlich nicht mit dem Kreuzritter zu Ende machen. Keine Ahnung. Ich werde die Story auf Qual 1 oder so durchspielen mit der Zauberin. Da sie einfach effizienter ist, schneller ist. Wir werden Malteils Zorn nur überleben, wenn wir uns ihm unterwerfen. Trennt euch von euren Reichtümern und sichert so euer Seelenheil. Toll. Ähm, ja, die Zauberin macht mir viel mehr Spaß. Und sie ist natürlich auch effizienter. Und auf Rüstungen muss man nicht zuschauen, auf den Rübhoff-Sows. So, hier ist ein Walddorn. Der Walddorn-Friedhof. Ah, Wilddorn. Da müssen wir wahrscheinlich weitermachen. Es scheint unser Los zu sein, dass wo wir auch hinkommen, die Toten nicht in Frieden ruhen. Versteht. Aber wie liegt das? Essen müssen essen. Ich glaube, wenn ihr ja einfach mal gesprengtet wird, bitte. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht weitermachen. Bald. Bald ist es so gut. Es ist selbst, es geht mir sowas auf dem Geist. Und wenn es mir nicht in Frieden ist, dann muss ich nicht in Frieden ruhen. Der Zauber sollte euch zum Schweigen bringen. Schon nicht gut, gell. Aber bald ist es so weit. Bald haben wir doch noch nicht. Geht. Ich bin jetzt ein bisschen frei zur Verfügung. Und ich gehe ja in sehr viel Säger. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und nicht nur von der IFA. Wahrscheinlich müssen wir hier nach unten. So ist es ja gar nicht. Oh, es war ein Eis nicht da. Wie fühlt sich das an? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Oh, da ist mal ein gefangenes Eis gestoßen. Keine Ahnung. Ich habe schon was mehr aufgerüstet. Und das ist ein Wurmloch. Das schiebt das Wurmloch rein. Also wir werden teleportiert. Aber für mich ist es eher irgendwie manchmal positiv. Und das ist ein Wurmloch. Keine Chance, das ist ein Wurmloch. Aber da kann ich es nicht entwischen. Sehr schön. So haben wir hier. Diese Flay-Demusen. Das ist ein Wurmloch, oder? Nicht so eine gute Neuerung. Aber der Flay-Demusen ist nicht gekannt. Und das ist ein kleines Gebiet. Der Style ist jetzt nicht mehr so unkühlen und grünlich. Hämstlich. Echt schön. Ja. Ja. Heute noch ein bisschen eh so online. Also. Hier ist so. Hier spielt halt hier das Post-Online. Aber ich mag es einfach nicht so. Und das kommt nicht an die Qualität natürlich von Skyrim herab. Und die Spiele nerven jetzt schon. Also so viele Spiele, die einfach nicht spielen können. Obwohl sie schon recht weit sind. Da möchte ich lieber in ein paar andere Spiele bei Redbox. So, die gibt es wenigstens Veteranen. Aber ich habe keine Noobs. Weil so neue Spiele, die locken einfach nur noch Noobs an. Keine Profis, nix. Das finde ich extrem schade. Aber ich will ja auch mit Gleichgesinnt. Also mit Gleichen, mit Stark. Aber das machen wir noch nicht nur mit Ups. Ups. Naja, ich habe einen, äh, ich habe einen Kashiit genommen. Der aussieht wie ein Löwe, ein übergrosser Löwe. Das ist so geil. Ich spiele nicht. Also kann ich es nicht mehr anders spielen. Wie fühlt sich das an? Ich muss kein Problem. Ich will nicht, kein Problem. Schade. Ein, äh, Open Beta. Oder nein. Ähm. Ich muss auf die Open Beta begehen. Was? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe auch gespielt. So, wir gehen in den Vorhof des Adels. Schöner Vorhof. Ihr seid eine wahre Künstlerin im Beseitigen der Diener des Todes. Danke. Schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Leichen. Leichen, Leichen, Leichen überall, überall sind Leichen. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Ja, ja. Also töten wir mal. Wen? Das ist einunder. Das ist das ist ein Seid. Bei mir war das ist ein Bescheid. Auf der Leichen, 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 Leichen. Wenn ich mich verwende, ist ein Seid. 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 Ja, Ursael, du hast deine Sachen nicht mehr. Haha, und wir haben jetzt die Mystikerin. Was war das? Das war Ursael. Und wer genau ist dieser Ursael? Ursael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut. Gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Haha, der war gut. Ja, sehr gut. Aber der erinnert mich stark an Velial irgendwie. Hat auch immer so gejammelt. Nicht schlecht ist ja, aber die können wir nicht gebrauchen. Ja, und ich kann nicht zurückziehen. Ich muss zurückkehren. So, Jagdstr- Jagdtrotz. Okay. Oh, eine bessere. Natürlich nehmen wir das rein. Machen wir mal die Sockel raus. Also, die Edelsteine aus dem Sockel. So, und dann einen mit rein. Prima. Ah. So, ich will ihn. Kabup machen. Jetzt. Ah, da vorne. Was ist das? Ein Seelensplitter. Der Tod wird alle holen. Ja, ganz klar. Schaut, der Splitter wandelt sich. Maltael verändert den Stein irgendwie. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht er doch gar nicht zu wissen. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir wissen, was er als nächstes tun wird. Ähm, jetzt ist er böse. Das hat Ursael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Ursael, es wird Zeit, dass er stirbt. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbricht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. Okay, cool. Ähm, Tyrell. Ursael. Was könnt ihr mir über Ursael berichten? Er ist Maltaels Leutnant. Ähnlich wie Isual, der meine war. Er gehorcht den Befehlen seines Meisters, ohne diese zu hinterfragen. Aha. Kurz ein bisschen lauter machen. Ja, das ist ja wieder das Problem, dass die Sprache so leise ist immer. Wieso ist die Sprache so leise? Also bitte. So, hier ist die Mystikerin. Dann zeig mir mal, was du machen kannst. Äh, zum Austausch Gegenstand platzieren. Die Mystikerin kann ungenutzte Eigenschaften eines seltenen oder legendären Gegenstands durch eine zufällige Eigenschaft austauschen. Ihr könnt die Eigenschaften so oft austauschen, wie ihr wollt. Allerdings fallen jedes Mal Verzaubungskosten an. Wie kann man sie auspäten, hier. Ich versuche sie nicht, dass ich mit mir bewegen kann. Fabelhaft. Es ist schon 2020. Verdienste Wert ziehen. Jetzt haben wir noch Ring. Jetzt machen wir hier. Transmogifizieren. Ah, da kann man den... Da kann man den Skin enden. Aber so sieht es nicht mehr so schön aus. Können wir hier etwas Schönes machen. Oh, das ist schön. Aber passt nicht so. Ähm, ich habe doch eine Rüstung gefunden. Kann ich die jetzt... Wenn ich die rausnehme, modifizieren... Oh nein, die habe ich ja. Ach, die sieht so aus. Mal schauen. Sieht halt auf der Zauberin nicht so schön aus. Wenn die Rüstungen... Naja... Kostet 50.000. Ne, machen wir nicht. Wenn wir die Krone... Nehmen. Oh, cool. Das ist ja mal geil. Sieht nicht schlecht aus. Aber es ist eine Maske. Schade. Das ist unmöglich. Die Eiskletter, die sind aus wie Turnschuhe. Die könnten wir nennen. Verdammtes Trezer. Leider keine schöne. Seitenschuhe. Nein. Wir lassen die Unix so wie sie sind. Machen hier lieber mal das Schwert. Jetzt könnten wir hier etwas aus. Also abenden. Wir brauchen aber feurige Schwefel. Schade. Wenn wir jetzt irgendwas hier rein tun. Dann brauchen wir keinen feurigen Schwefel. Okay. Dann nehmen wir mal das Leben raus. Und... Naja, es gibt nur schlechtes. Mist. Okay, lassen wir das. Machen wir das später. Alles, es bringt was um den Hosen. Ah, toll. Ja, okay. Was machen wir dann, wenn wir eine gute Hausrüstung haben. Wir könnten uns schwarz ver... Ja, nein. Sieht einfach dann nicht mehr so... Also... Der Blick ist dann einfach schwarz. Also... Zu dunkel. So sieht man noch die Texturen von den Rüstungen. Später auch dann... Ich kann nichts unternehmen, um den Zauber zu brechen, der dieses Feuer entfacht hat. Es wird weiter wüten, bis Ursael getötet wurde. Oh, das ist richtig. Oh, das ist richtig. Ach, ich hab doch auch keinen Spaß. Oh, das ist richtig! Ja. Oh, das ist richtig. Das ist richtig. Der Tod kill ich hier. Was ist das hier? Nein. Easy. Schleeecht. Wird schlecht. 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 Er beeindruckt mich immer wieder. Dankeschön. Maltaels Einfluss verdirbt sowohl Mensch als auch Tier. Selbst die Hunde von Westmark, einst zahm und sanftmütig, haben sich zu wilden, gefährlichen Kreaturen gewandelt. In Rudeln streifen sie durch die Straßen, von stetem Hunger getrieben und zerfleischen ihre Opfer. Ich sah, wie sie einen Soldaten geradezu zerrissen. Als seine Schreie verstummten, wandten sie sich mir zu. Hundi. Süße Hundi. Die sind ganz lieb. OUCH! 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 Ich werde hier einfach die Schaden machen. Hochschul mir zuerst töten. Was soll ich mit so viel Rares? Das ist übertrieben. Völlig übertrieben. Viele der ältesten Adelshäuser in Westmark hielten sich gewaltige Jagdhunde. Mögen sie im Leben auch zahm und friedlich gewesen sein, so wurden sie in den Händen der Seelen-Ernter zu furchtbaren Bestien. Jetzt führen sie Rudel kleinerer Hunde an und gemeinsam jagen sie die Bewohner Westmarks. Ich will gar nicht daran denken, was sie mit den Leichen anstellen. Unsere Beine anstellen, was sie zuerst denn? Ja schon, was sie? So. So. Der Fäust taucht. Nämlich ein bisschen. Er klingt. Hier ist eine Höhle. Schau. Ach, was da heißt. Knochenlage Ebene 1. Tönt komisch. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Das ist eine Scheiße. Alter. Da drüben ist ein mächtiger Feind. Ich habe nicht genug Erkannt. Ich bin geheilt. Das ist eine Schwierigkeitsgrad. 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 Super, wenn ihr es auch landen kann, nimmt die Vorschläge. Hoffentlich legt es da nicht. Okay, wir fassen die Kacke. Aber jetzt braucht es zuerst mal einige Zeit. Über zwei Stunden. Nein. Für übrige Zeit, über zwei Stunden. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ja. Ja, das wird auch gut. Es ist nicht so gut. Man kann das ganze Zeit trainieren. Man fühlt sich viel anders. Viel mächtiger. Zuhause. Gut und den Krieg zu beenden. Und die armen Leuten zu helfen. Ich würde nie machen, wenn ich reisen könnte, ich würde nie machen, wenn ich reisen würde. Ich würde mich reisen, das Jahr durchteilen. Ich kann mal schauen, wie das wäre. Das wäre ein paar Sachen in einem halben Jahr. Wie das geht. Man hat ja keine Scheiße. So kann ich immer solche Essenzen mit der Integrieren sein. Jetzt ist hier ein paar Geschmack. Das ist so kack. Die Musik ist ja nicht ganz gut. Sieht einfach nicht. Aber sie gibt es ja nicht. Es ist einfach nicht so, wie es dein Denkst sind. Jetzt ist eine junge Flucht. Wir spielen das auch nicht. Ich kann es nicht ganz gut sein. Ich glaube, wir können eher die Eklemme ankommen. Wenn ich die Ecken, dann holen Sie noch eine Karte rauf. Wir haben einen Rotten hier Und dann kommen sie natürlich Ich sag mal was Gescheites Zum Beispiel ein Gerotino-Pack Ja, du Scheiße Ist das mit der Kreuzritte noch schwer? Jetzt Lass ich dir was sehen Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? So viele Knochen Ob sich die Angehörigen dieser Toten fragen Was aus ihnen geworden ist? Hat es ihnen Kummer bereitet, dass sie sie nicht bestatten konnten? Die sind einfach hingeworfen Er ist fertig Wie fühlt sich das an? Ja So ist der Pest-Tunnel Das kann jetzt drehen Ah, das ist vom anderen Tunnel Ha Die haben sogar die Geschichten dorthin Hier hin Und das kann man das nicht ausführen Aber die sind nicht ausführen Aber das ist ganz sicher